Hallo Luke. Hallo. Nightwash beschrieben in drei Worten. Lustig, jung, spontan. Wo war deine erste große Bühne? Nightwash, tatsächlich. Über was kannst du gar nicht lachen? Ich kann nicht darüber lachen, wenn Comedians mich nicht überraschen, sondern immer nur die gleiche Scheiße machen, die man schon seit 100.000 Jahren hört. Dein kürzester Gag? Mein kürzester Gag, den habe ich immer in der Hose. Wenn nachts ein Mörder kommt, dann? Dann bist du als Mann gefragt, denn die Frau schläft an der Wand und da passiert nichts, weil die Wand beschützt Frauen von Mördern schon seit Jahrtausenden. Tschö, Luke. Tschüss.